Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel. Jodl, Krebs und Bogdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sind Sie? Der Angriff Steiner war ein Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du, ist das einfach gekommen? Der Militär hat mich verlogen! Jeder hat mich verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederverrächtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Nichts als Feiglinge! Verreicht, ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Kabel hält! Jahre lang hat das Militärmöle Aktionen nur verhindert! Es hat mich jeden nur... Widerstand! Ich habe mich gelegt! Ich hätte gut daran getan, um Jahren alle hoeren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich nur verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich, der wollte ich! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich bin connuntlich, uns für sich,